Was geht ab, ihr Zocker? Also wenn mich immer jemand fragt, ey du, was ist so das beste Star Wars Dueling Game, was man so spielen kann oder gehört mit zu den Besten, dann würde ich ganz klar sagen, Star Wars Battlefront, zwei Helden für das Schurken oder halt, ja, das Heldengefecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Lichtschwertmechanik ist schon richtig geil. Und vor allem Dingen, oh, und seht euch mal diesen Obi-Wan an. Ich liebe es, die Leute jetzt schon zu trollen. Graf of Chocolate spielt den guten Finn. Also eine bessere Namensgebung kann man nicht geben, Bruder. GG, also einfach Applaus an der Stelle für den Alten. Nicht schlecht. Boah, seht euch mal an, die dunklen Backstreet Boys. Helden der Galaxis treffen auf Schurken ohne jeden Sinn für Hervor. Wer lacht zu lern? Ich natürlich. Na, hallo denn. Komm, du alter Sack. Defensivlauf, komm. Und macht Hubs. Gut gemacht, Iona, gut gemacht. Schubst ihn weg. Unterschätzt niemals einen Meister der dunklen... Du meinst wohl eher einen Meister des Weglaufens. Oh, Phasma. Zwölf Sekunden später. Warum bist du irgendwie brainlust? Warum steht denn ein Phasma so weit vorne? Ha! Und da sieht man, dass es wirklich eines der besten Duelanten-Games ist. Ha! Na, komm. Jawoll, Meister. Warte mal, wir sind doch Jedi's. Warum greifst du ihm im Rückgang? Das war nicht sehr ehrenvoll. Ach, scheiß drauf. Darth Maul. Mit hier habe ich auch eine Rival... Ich merke gerade, Obi-Wan hat echt mit jedem eine Rivalität fast. Mit Darth Maul, mit Darth Vader, mit Count Dooku. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Oh ja, Grievous. Nehmen wir mir mal die Fähigkeiten weg. Ah! Habt ihr das gesehen? So macht man ihn platt. Wie ich sehe, habt ihr mich vermisst? Und tschüss. Verpiss dich mit deinem dunklen Furz. Nehmen wir mal die Fähigkeiten weg. Hallo, der. Komm her, meine Lieblingsmaschine. Oh, der hat wohl Schiss. Komm her. Du entkommst mir nicht. Ja, spare du deine Angriffe. Deswegen bin ich der bessere Duellant. Darth Maul. Deswegen habe ich dich schon einmal in zwei Helfen verteilt. Ja, oh, Grievous war FK. Greif mich an, komm. Okay, der Grievous-Spieler, der bleibt ziemlich an der Filmvorlage. Wie kamst du dir jetzt rüber mit deinen Helikopter-Armen, Junge? Wie kamst du dir jetzt vor, hä? Legst meine Eier. Oh, da ist wieder der alte Sack mit seinem Gestank. Tja, war wohl nix. Oh, hallo Kylo. Komm. Komm, komm. Und unterstützt. Nehmen wir mal die Fähigkeiten raus. Oh, Darth Vader. Ich weiß, dass du ganz viel Lebenspunkte hast. Äh. Ich habe noch nie Darth Vader abhauen sehen. Hahaha. Mach, der Maul, der spabt nur. Was bist du denn für ein Süßer? Komm. Uh, uh, uh. Aufgewehrt. Oh, jetzt kommt wieder Darth Rentner. So, man schießt mit deinem Kollegen eigentlich immer gerne in den Rücken. Und wieder ein besiegt. Fünfer Serie ist schon plus Assists. Griebel ist zu Feiglegen. Was geht? Alter, die Fassball ist echt... Die ist ja schon geschenkt zu teuer. Komm. Der ist mit deinem galaktischen Doping. Komm her. Mit deinem kleinen Stab. Nein, das ist... Das ist nicht gut. Ey, komm. Wer bist du denn? Darf Vader aufwischen oder was? Oh, nein. Das war's. Ne, aber das ist wirklich eines der besten Star Wars Dueling Games. Das macht richtig Spaß. Und man merkt richtig, wenn das so dieser... Wenn das so ein bisschen diese Kämpfe da sind. Und diese Skillkarten sind jetzt nützlich, aber sie sind nicht OP. Außer bei der Prinzessin Leia. Ich helfe dir hin. Jetzt helfe ich dir nicht mehr. Hören wir zu viele. Der ist weg. Natürlich bin ich bereit für einen Kampfflug. Tja, Grievous. Ich beherrsche Form 3. Das ist die Form des Verteidigens, Bruder. Hier, guck. Ich wollte gerade mein Lichtschild an und aus machen. Was soll das? Ja, weg hier. Ja, schuh. Spanns ist jetzt nur noch deine Fähigkeit. Weg mit dir. So. Einfach einen Tritt habe ich dir gegeben, Bruder. Na, wo ist der Nächste? Komm, Maul. Komm, 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 komm. Ich stecke dich hin. Komm. Graf of Chocolate. Ich hoffe, du bist das auch. Wow. Oh, Junge. Der hat ja eine richtige miese Asthmaanlage hier. Ey, das ist ja Maul. Und Vader. Ne, Ren. Oha, Spannter, noch mehr. Wow. Ah, ich geb mir Mühe. Komm, haltet Abstand. Wir sind in der Zeit von Corona. Also, mein Team könnte jetzt mal langsam ihr helfen kommen. Danke. Ich dachte, es wäre schon zu viel verlangen. Gut gemacht, Anakin. Mein Schüler. Oder? Ein Heal wäre gar nicht schlecht. Meister. 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 Moin, Meister. Hallo. Was ist los jetzt, Mann? Oh, Gott. Ha. Komm, du Kla-Lort. Der Sith. Komm. Duell. Ha. Wie würdest du hier beeindrucken? Es gibt keinen Tod. Es gibt nur die Macht. Das würde ich auch sagen. Ha. Komm, du Kla-Lort. Der Sith. Oh, nein. Wird nicht die Luft wegblieben. Ach, verpiss dich einfach, Grievous. Mit dir will die irgendwie keiner spielen. Nehmen wir seine Fähigkeit weg. Wow. Oh, Grievous wird nur weggeschubst. Ups. Oh. Komm. Wer willst du weiter... Hau da nicht schon wieder ab? Du, entkommst, wenn ich griebe es. Oh, moin. Und Blaster. Ich hab noch 38 Lebenspunkte. Ich muss aufpassen. Das könnte sonst übel werden. Oh, fass mal. Komm her. Ach, komm. Ich will einfach alles ab. Und weiter. Komm. Ja, komm. Schieß. Schieß. Keine Lust. Und ist denn der Blaster leergegangen? Er denkt, ich laufe es davor, oder was? Ich kenn die. Ey, ich will keinen Schocki-Tower. Fähigkeiten weg. Den würdest du ja eigentlich beeindrucken, oder? Ja, Team. Oh, fuck. Weg mit euch beiden. Ha. Ein Blaster-Schützer und ein Duellant. Ist das alles? Ah, die müssen wir sich natürlich hinter mir positionieren. Gut gemacht. Danke. Ich wusste nur Zeit erkaufen. Wie geil ist das denn, Bruder? Ha, 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 ha. Ja. Ah, Obi-Wan ist wirklich so ein Troll. Also, wenn du gut spielen kannst, kannst du da wirklich was holen. Ich bin ein Dritter gewesen. Nicht schlecht. Hey, schon wieder Graf of Chocolate. Hey, Bruder. Echt geiler Name und richtig geilen Charakter genommen. Schon wieder die Guten. Das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte auch nur ein anständiges Match empfinden. Ich will einmal die Bösen spielen. Die sind immer interessanter und haben die cooleren Fähigkeiten meistens. Ja, jetzt sind wir die Bösen. Aber Darth Vader ist weg. Ist das dein Ernst? Oha, das ist auch wieder... Da ist so ein Moment, wo Skill-Mates Matchmaking eigentlich greifen sollte. Ah, den war mein Lieblings-Emo. Im Schlafanzug. Aha, weißt du, du machst das im Schlaf oder was? Mit deinem hohen Level. Zwölf Uhr, Mieternachs. Ich mach euch platt. Ich mach euch platt. Ich mach euch platt. Wenn die heutigen Kämpfer einander schneller ausschalten, als ihr Sarlacc-Rube sagen könnt. Sarlacc-Rube! Stimmt wohl irgendwie nicht. Na, Lando? Ach, verpiss dich mit deinem Detonator hier. Huah, Raserei! Ich bin wütend. Ich mag keine Blaster-Schütze in einem Duell-Game. Ich bin sofort gelöscht. Ah, der deckt den. Lasst euch nicht abknallen. Ja, du bist ja der Einzige hier mit einem Blaster. Du wirst zu mir gezogen. Hahaha. Stirb. Oh, du brauchst dir gar keine Schocken zu machen hier, Lando. Komm, schieß. Komm, Lando. Oh, ich hab so Angst. Au, au, au. Wo kommst du denn jetzt her? Als Böser muss man immer von hinten kommen und flankieren. Ja, warte doch mal. Warte mal, du bist ja nicht beim Team. Warum? Spar dir deine Scheiß-Analysen! Oh, ich bin böse. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Nein, ich hasse Luke. Er hat mich von hinten geholt. Was bist du für ein unerernhafter Jedi? Ich hole mir jetzt Lando Calrissian, weil ich böse bin und immer nur auf die Schwächeren gehe. Huah! Ich will meine Kauserei, du brauche. Huah! Huah! Denai! Oh, 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 oh. Ich zieh dich zu mir, mein Freund. Oh, die Blitze. War ich fertig, Doku. Hahaha. Was? Du kommst wohl nicht rein, Junge. Hahaha. Die schlechteste Fluchtversuche hier. Wo ist der Nächste? Der arme Lando, Alter. Der tut mir am meisten leid. Komm, wir helfen mal. Huah, wir sind böse. Oh, oh. Ich wurde geschockt. Und tschüss, Lando. Hahaha. Der hasst mich. Komm, ich bin der härteste Feldhau-Emo, den du je gesehen hast. Komm! Sich dagegen anhören! Ich weiß nicht. Das sah nicht gerade gesund aus. Eie, oie, oie. Ach. Das kann nicht sein, dass mein Rival... ... Hupi! Nein! Wir sind jetzt beide gestorben. Und dann Luke von hinten wieder. Es war wieder klar. Luke Skywalker kommt von hinten. Greif an. Es ist ein Traum! Siehste, was habe ich gesagt, Luke? Wo ist denn mein Freund Lando? Da. Er hat sich ja irgendwie voll auf mich eingeschossen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Och, Luke. Angriff. Ah. Komm her, Luke. Get over here! Huah, Raserei! Komm. Ja, ich kann was. Komm, komm. Hit me. Nein, du sollst nicht weglaufen. Das ist was Persönliches. Das würde ich auch sagen. Komm her, Luki. Oh. Ey, der spammt nur seine Fähigkeiten. So, kannst du wenigstens vorher spammen? Mein Gott, ich habe noch nie so ein Luke Skywalker gesehen. Ich mache mal, wenn ich nicht schön auskomme. Und dann mache ich es wieder an. Und wieder aus. An. Und wieder aus. Ob die jetzt aufgeben? Wo ist der jetzt hier? Der Lando? Ach, er ist tot. Ach, komm. Mein Lieblingsgegner Luke und Lando. Triple L. Luke, Lando, Loser. Das würde ich nicht sagen. Bleib mal hier. Gut gemacht, Woll. Das war unsere Betäubungs-Macht-Choke-Combo-Wurf-Attacke. Komm her. Junge, ich habe keinen Bock, dir die ganze Zeit hinterher zu rennen. Oh, oh. Habe ich dich, Luke. Junge, Junge, selbst im Weglaufen bist du scheiße. Ach so, der wartet nur darauf. Der arme Lando, ey, der wird nur Kilometer weit weggeschmissen. Ein paar Sekunden später. Oh. Da kommt wieder Luke von der Seite, Alter. Du bist der uneherhafteste Jedi, den ich je gesehen habe. Meister gegen Schüler. Und wir sehen hier einen spannenden Kampf. Obi-Wan gegen Darth Vader. Darth Vader hat mehr Lebenspunkte. Nope. Jetzt noch nicht mehr. Ach, wisst ihr was? Ich bin böse. Das Böse findet immer einen Fall. Ja. Und das bin diesmal ich. Hahaha. Zerfalt sie. Lasst sie. Nein. Okay. Tschüss, Lando. Mach Pause. Komm, Bruder. Was? Er kann gegen die Macht ankommen. Nein, dankbar für mein Leben. Ja, bin ich. Hahaha. Das war's dann, Bruder. Das war's dann. Echt ne weirde Runde. Ja, Leute. Das war's jetzt auch schon mit dem guten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne liken und disliken. Je nachdem. Dann lasst gerne das Abo da, um keine weiteren Videos mehr hier auf diesem Kanal zu verpassen. Ich sag dann noch. Tschüss. Bis dann. Möge die Macht mit euch sein. Und habt noch viel Spaß beim Zocken. Tschüss. 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 Tschüss.